Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem heutigen Format Visite. Den Frühling habe ich mir hier reingeholt in dieses wunderbare kleine Studio und freue mich auf diese Zeit mit Ihnen und an dieser Stelle nochmal ganz lieben Dank für die zahlreichen Zuschriften von Ihrer Seite an visite.qs24.tv. Das gibt natürlich immer eine wunderbare Grundlage, diese Sendungen zu gestalten und vielen herzlichen Dank auch für Ihr Feedback, dass es auch mich erreicht, dass ich Ihnen etwas geben kann, was Sie fürs Leben vielleicht bewusster macht, was Ihr Denken größer macht, was Ihre Entscheidungen hilft zu treffen, auch wenn sie gut oder nicht gut ist, aber Sie kommen zur Ruhe und Sie wissen, was Ihr Herz einfach braucht. Das ist eigentlich der beste Motor in uns oder das, was Sie, glaube ich, am besten fühlen können, wohin Ihr eigener Weg geht. Das ist das Entscheidende. Deshalb gibt es ja auch von ärztlicher Seite nie einen Rat, der für alle gilt. Das heißt, jeder muss sich für sich hier immer wieder auch das herausnehmen, was für ihn wichtig ist. Und ich will gleich überleiten zu dem ersten Fall. Es ist eine Falldokumentation von Maria. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Maria, für Ihre Anfrage und es war so nett. Sie schreiben, leider bin ich ziemlich spät auf diese Visite-Sendung gestoßen und höre immer wieder gern die aktuellen Ratschläge und Empfehlungen. Es ist nie zu spät, liebe Maria, im Leben etwas zu verändern. Es ist auch nichts im Leben, was für immer gilt. Das heißt, das Leben selbst verändert sich mit jedem Tag und damit auch wir können uns und unseren Körper auf diesem Weg mitnehmen und durch ganz viele Dinge manchmal ihn stabiler machen für dieses Leben. Und im Moment weht uns da natürlich ein ganz schön harter Wind auch entgegen. Aber sie schreiben, dass sie sich bis vor zwei Jahren also topfit fühlten. Und das ist schon auch ein gutes Gefühl und es ist auch ein gutes Maß für die eigene Gesundheit. Und trotzdem ist es auch wichtig, vielleicht mal sich in klinische Hände zu begeben und Dinge anzuschauen. Ist meine Toleranz noch stark genug? Ist mein Stoffwechsel noch im Gleichgewicht? Wie viel wissen wir eigentlich nicht und wie viel spüren wir einfach auch nicht? Deshalb war das gut. Aber in dem Fall war es nicht gut, so schreiben sie. Denn auf einmal waren sie eine kranke Frau. Und sie schreiben, dass jetzt Untersuchungen gemacht wurden und auf einmal hatten sie einige Diagnosen. Und vielleicht, liebe Zuschauer, blenden wir jetzt mal ein. Ich habe das für Sie zusammengetragen. Das Erste ist eine sogenannte Postmenopausale, also nach dem hormonellen Zyklus, wenn die Menstruation sich einschlägt, eine sich entwickelnde Osteoporose. Das andere ist ein linksseitiger Sklaukom, ein grüner Starr, ein Auge, das einen erhöhten Augendruck hat. Dann eine latente Hypothyreose, das heißt latent, immer wieder auch auffallend, aber vielleicht klinisch noch lange nicht mit einer Symptomatik behaftet. Und eine Dyslipidämie, das heißt eine Veränderung in dem Cholesterin oder überhaupt Fettstoffwechsel. Das hat dann dazu geführt, schreiben Sie, dass Statine angesetzt wurden und diese Statine, also die Cholesterinsenker, Medikamente, die heute eines der meistverkauftensten Medikamente auf der Welt sind. Und Sie alle, glaube ich, dieses sehr, sehr, sehr interessierte Publikum dieser Sendungen weiß, dass diese Statine natürlich mit einer sehr großen Nebenwirkung behaftet sind. Sie haben diese Nebenwirkung, das schreiben Sie, auch erfahren, denn es setzten unmittelbar nach dem Einsatz dieser Statine dann so starke Gelenkschmerzen ein, dass Sie das sofort wieder gelassen haben. Und das war auch gut so, weil diese Statine natürlich Ihnen nicht nur Gelenkschmerzen provozierten, sondern auch immer wieder Durchfälle. Und das ist wohl wahr, dass das also auch für soziale Kontakte und für das, was man sich in dem Moment auch antut, keine gute Reaktion ist und auch keine gute Entscheidung dann ist. Und Sie haben das abgesetzt, Sie haben aber bis heute eine Unverträglichkeit und das schreiben Sie auf Bohnen und auf grünen Salat, kann man überhaupt nicht verstehen, das sind ja wirklich hochwertige Nahrungsmittel, aber Ihre Verträglichkeit ist demgegenüber diesen Dingen dahin. Statine haben eine große Nebenwirkung. Und zwar brauchen wir für unseren intrazellulären Energiestoffwechsel Q10. Über Q10 haben wir schon einiges erfahren. Das heißt, diese Energiedefizite auf zellulärer Ebene, die dann stattfinden, bedeuten natürlich im Kleinen, dass die Zelle der eigenen Energieproduktion nicht mehr fähig ist, bedeuten aber auch auf der großen Seite, dass das Organ, das aus diesen Zellen besteht, auch in seiner funktionellen Leistung reduziert wird. Das heißt, auch Entzündung muskulärer Art, Gelenkschmerzen durch Statine sind so zu erklären. Das Q10 selbst ist ein ganz wichtiger Enzymkomplex, in einem ganz wichtigen Enzymkomplex. Man spricht von Atmungsketten innerhalb der Mitochondrien dieser Energiekraftwerke, weil die müssen die Nahrungsenergie, also das, was wir durch eine hochwertige Ernährung zu uns nehmen, in eine zelluläre Energie umwandern können. Und Statine haben den Angriffspunkt intrazellulär genau hier, diesen Q10-Stoffwechsel dann zu blockieren. Und das zeigt sich natürlich darin, dass auf vielen Ebenen einfach eine Leistung leise uns wegbricht. Übrigens, für meine Erfahrung, klinische Erfahrung in diesen vielen, vielen Jahren ist, dass gerade Menschen die Statine nehmen, wir auf der einen Seite sagen, das ist ganz wichtig, weil Cholesterin ist ein Atherosklerose-Faktor und so weiter, was schon seit mehr als 25 Jahren widerlegt ist. Aber das Herz hat ein hohes Energieleistungspotenzial. Das Herz hat um ein Vielfaches mehr pro Herz Zelle an diesen Mitochondrien als die normale Zelle. Da Tumor eine mitochondrale Energieleistungsschwäche ist, sehen wir Tumorerkrankungen fast überhaupt nicht am Herzen. Ich habe mich das 20 Jahre gefragt, warum gibt es eigentlich kein Krebs am Herzen? Und in diesem Energiestoffwechsel durch Statine langfristig, ich spreche jetzt von Langzeitfolgen, das zeigt sich ja nicht durch den Schmerz am Herzen, das sehe ich mit einer großen, wirklichen Verantwortung, also Menschen Statine so überhaupt nicht zu verschreiben. Ich habe sie in diesen vielen, vielen, vielen Jahren nicht verschrieben. In Ausnahmefällen bei einer familiären Hyperlipidatomie, aber dann natürlich unter hohem, hohem, hohem Q10-Schutz. Dabei sind aber die Menschen nicht mit utopischen Cholesterin, werden durchs Leben gegangen. Wir kommen da jetzt gleich drauf zu. Warum stellt sich so ein Cholesterinstoffwechsel dann dar, als wäre das Cholesterin zu hoch und wir müssten es senken? Welche Ursachen liegen dahinter? Das fand ich jetzt erst mal sehr wichtig und das fand ich auch sehr schön, dass Sie so selbstverantwortlich gehandelt haben und diese Statine natürlich abgesetzt. Und das war eine richtige Entscheidung. Das andere ist, dass wir sehen, oder dass ich lesen durfte, dass Sie dann aber aufgrund dieses erhöhten Cholesterins zu einem Gefäßchirurgen sich haben überweisen lassen. Das war ihr größter Wunsch. Und die Gefäßchirurgen machen jetzt einen Ultraschall an der Karotis. Die Karotis ist die Hauptschlagader, die zum Herzen führt. Und die Hauptschlagader, die Aorta, also die große, die größte Arterie, die aus dem Herzen kommt und die Halsschlagadern werden aufgrund ihres Durchflusses jetzt beurteilt. Und der Spezialist, der kardiologische Kollege hat dieser Patientin oder Ihnen versichert, tiptop. Tiptop ist hier in der Schweiz ein sehr schöner Ausdruck. Und wenn jemand sagt tiptop, dann ist das tiptop. Tiptop heißt aber in dem Moment, es ist also so großflächig gut durchlässig, dass man als Aussage diesbezüglich meint, die Durchblutung ist in Ordnung. Was nicht zu verstehen ist, dass sowohl der Spezialist als auch der Hausarzt meinten, aber Statine sollten Sie trotzdem einnehmen. Die Durchblutung, das heißt, ob eine Zelle gut mit Sauerstoff versorgt wird, Ob eine Zelle damit einen hohen eigenen Energiestoffwechsel realisiert, ist nicht abhängig davon, wie gut meine Hauptschlagader und meine Halsschlagadern durchblutet werden, sondern wie offen und wie stark gut durchblutet das mikrokapilläre Stromgebiet ist. Und das kann man nicht durch so eine Doppleruntersuchung feststellen. Deshalb machen wir in der Klinik zum Beispiel Dunkelfeld-Mikroskopie-Untersuchungen. Da sehen wir, inwieweit die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, eine optimale Membranspannung haben, weil die Durchblutung basiert in ihrer hundertprozentigen Rechtfertigung, die Zelle mit Sauerstoff zu versorgen, so dass das rote Blutkörperchen durch die kleinsten Kapillaren passieren muss. Das heißt, die Kapillare hat nur den Durchmesser für ein rotes Blutkörperchen. Das heißt, die müssen sich alle ein bisschen nacheinander anstellen. Egal, ob das Blut verklumpt ist, egal, ob das Gefäß eine 85-prozentige Verengung hat, egal, egal, egal. Es muss ja eh, die Entscheidung wird auf zellulärer Ebene getroffen. Und ich freue mich für Sie unglaublich, weil das Arteosklerose-Problem ist hier wesentlich reduziert. Aber es ist eine nur begrenzte Aussage, Ihre Durchblutung ist in Ordnung. Sich darüber wirklich Gedanken zu machen, heißt, tiefer zu schauen. Sie haben trotz Empfehlung dann wirklich die Statine abgesetzt, was ich sehr wertvoll fand. Und Sie haben uns letztendlich noch mitgeteilt, dass Sie einen grünen Starr haben. Der grüne Starr wird behandelt. Sie bekommen jeden Monat Injektionen in das Auge. Und Sie bekommen auch Augentropfen in das Auge. Trotzdem muss man hier bitte bei einem grauen Starr, bei einem erhöhten Augendruck, immer wieder auch bitte bedenken, dass das Auge immer in Abhängigkeit eines intakten Leberstoffwechsels sich regenerieren kann. Immer durch eine optimale Mikrozirkulation regenerieren kann. Und dass das Kammerwasser, was natürlich einen wirklich optimalen Fluss durchs Auge nehmen muss, durch ganz viele Ursachen, auch im Stoffwechselgeschehen, hier beeinflusst werden kann. Die Tropfen, die Sie einnehmen, die machen natürlich die Tränengänge, geben den Tränengängen die Möglichkeit, in eine entspannte Situation zu kommen. Aber letztendlich sind das Augentropfen, die natürlich, wenn Sie die nicht mehr nehmen, nichts an der ursächlichen Problematik verändern. Sie schreiben weiterhin, oder wir sehen das aus der Diagnose, dass Sie mir, Sie haben mir Laborwerte geliefert und ich zeige Ihnen mal diese Laborwerte. Das ist einmal ein Wert, der ist 2021 abgenommen worden. Das war das Parathormon. Und das Parathormon hat einen Wert hier von 70,6. Parathormon ist die Nebenschilddrüse, die dieses Parathormon, sage ich mal, produziert. Und das hat eine Aufgabe in unserem Körper. Und daneben stehen Vitamin D-Werte. Das Vitamin D abgenommen im Oktober 2020 war 53 Nanomol und die Kontrolle ein Jahr später war 91 Nanomol. Sie sehen jetzt, dass der Normwert für Vitamin D 100 bis 175 ist. Und ich möchte und ich will, dass jeder Mensch einen ausreichenden, optimalen und hohen Vitamin-D-Spiegel hat. Es sind zu viele hochwertige Immunfunktionen, Stoffwechselfunktionen, Aufnahme von Kalzium, die Knochenregeneration nicht mehr in der gleichen Weise möglich, wenn Vitamin D unten ist. Man darf überhaupt nicht müde werden. Und wenn wir Ärzte müde sind und wenn wir Ärzte es nicht selbstverständlich tun, dann tun Sie mir bitte alle einen Gefallen und messen Sie Ihr Vitamin D. Auf meine Frage, wie hoch ist Ihr Vitamin D, antwortet mir jeder, ich nehme ein. Und dieses Ich nehme ein reicht mir nicht, denn ich muss ja entscheiden können, ob das, was Sie einnehmen, ausreichend ist. Und das Vitamin D hier hat schon bereits 2020 einen sehr niedrigen Wert und war dann im Oktober 91. Das heißt, Sie haben über die Substitution, aber Sie haben vielleicht auch natürlich durch den Sommer und durch die Sonnenexposition Vitamin D da so ein bisschen wieder hochgebracht, aber das würde niemals reichen für einen Winter. Jetzt kommen drei, vier Monate mit einer geringen Lichtexposition. Und immer dann, wenn Vitamin D natürlich niedrig ist, dann bedeutet das, dass das Kalzium nicht aufgenommen werden kann durch den Darm. Ja, was macht denn aber der Körper, der Kalzium benötigt? Und der entscheidende Faktor, der darüber natürlich feinstimmig ständig kontrolliert, ist das Blut. Und es wird durch das Parathormon herausgefordert, dass der Knochen jetzt bereitstehen muss. Denn auf das Kalzium ist im Körper nicht zu verzichten. Und die Prioritäten, welches und wohin Kalzium jetzt, lag ich mal zur Verfügung stehen muss, das entscheiden nicht Sie, das entscheidet unser Körper allein. Und jetzt nehmen Sie ja Vitamin D ein. Das ist ja gar keine Frage. Und vielleicht darf ich mal auf die nächste Folie Sie bitten zu schauen. Da sehen Sie, dass Sie ein Vitamin D Präparat einnehmen. Das ist das Vitamin D. Nein, diese Folie, warten Sie mal, stimmt, diese Folie habe ich jetzt Ihnen nicht gezeigt, aber Sie nehmen Vitamin D acht Tropfen ein. Und diese acht Tropfen Vitamin D heißt, ein Tropfen sind 100 internationale Einheiten. Diese 100 internationale Einheiten bei acht Tropfen sind 800 internationale Einheiten. Sie nehmen dazu das Calcium Magon D3 Forte, da sind 1000 Milligramm Kalzium drin und 800 Einheiten Vitamin D dazu. Das heißt, Sie nehmen 800 plus 800 1600 Einheiten Vitamin D jeden Tag. Und ich muss Ihnen sagen, damit ist kein Blumentopf zu gewinnen. Und jetzt verstehen Sie, dass das Parathormon ansteigen muss, weil das Parathormon wird in der Nebenschilddrüse gebildet und wird nur herausgeholt, wenn der Körper einen Calcium Mangel registriert. Also muss man auf dieses erhöhte Parathormon reagieren. Weil wenn man nicht darauf reagiert, gibt man den Knochen als Reserve Speicher frei und der kompensiert ständig das, was im Körper und im Organismus benötigt wird durch die Bereitstellung aus dem Knochen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, aber in dem Falle hier bitte und jetzt die nächste Folie, jetzt müssen Sie reagieren. Und ich bitte Sie, für die nächsten drei Monate einzunehmen, 6000 internationale Einheiten Vitamin D täglich bis auf zweimal pro Woche sogar 10.000. Das würde unglaublich lange brauchen, bis Sie auf einen guten Vitamin D Wert kommen. Sie können wirklich im Rahmen dieser erhöhten Substitution jetzt gerne in zwei Monaten schon mal den Vitamin D Wert kontrollieren lassen. Sie können Ihnen auch den Parathormonstoff noch mal messen lassen, damit Sie sehen, dass der sehr schön dann wieder runter geht, weil er die Nebenschilddrüse hat, das Gefühl, alles ist gut, jetzt ist es wieder in der Balance und auf der anderen Seite auch bitte noch mal das Vitamin D1,2. Dann wissen wir nämlich, ob das inaktive Vitamin D 25 OH in aktives Vitamin D umgewandelt wird. Ich fasse es noch mal zusammen. Wenn Vitamin D niedrig ist, weil wir eine zu geringe Sonnenexposition haben und das ist ein Prozess über Jahre, der alle betrifft, das hängt mit der Sonne, mit der Stellung der Sonne zusammen, das hängt mit den Expositionszeiten zusammen. Früher waren Menschen acht Stunden in freier Natur. Der Körper braucht dieses optimale Vitamin D für hunderttausende Immunreaktionen, aber ich konzentriere mich jetzt mal hier auf die Osteoporose, auf die langsame Entkalkung, die laut ihrer Untersuchung so schlecht überhaupt nicht ist. Sie sind weder frakturgefährdet noch irgendetwas, aber dieses Vitamin D ist jetzt so wichtig. Und wenn das Vitamin D zu niedrig ist, was glauben Sie denn, wie der Körper darauf reagiert? Was braucht er denn zur Herstellung dieses überlebenswichtigen Hormons? Er braucht Vitamin D. Ja, was soll denn das? Er braucht Cholesterin. Ja, was soll denn das? Die Cholesterinsynthese in der Leber zu blockieren und sie weiterhin in den Abbauprozess zu begleiten. Das war unglaublich toll von Ihnen zu sagen, nein, das bekommt mir nicht und der Körper hat auch wirklich, er hat das Recht zu sagen, ich will das nicht und er zeigt es Ihnen, dass er damit noch mehr überfordert ist. Wenn Vitamin D wieder in eine Normalität kommen kann und Sie füllen das jetzt auf, dann werden Sie sehen, dass allein Cholesterin leise zurückgehen wird, weil der Körper ist viel intelligenter als wir, er wird überhaupt sich nicht bemühen, noch mehr Cholesterin zur Verfügung zu stellen. Es sei denn, es gibt noch auf anderen Ebenen vielleicht hormonelle Mängel. Er braucht im Moment zwischenzeitlich mehr für seine Zellmembranen. Überall brauchen wir das hochwertige Cholesterin. Aber das kann man ja auch weiterhin ausgleichen, indem man jeden Tag ein Frühstücksei ist. Das heißt, sorgen Sie für eine ausreichende gute Synthese. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, dass man sich in der Richtung natürlich auch ein bisschen nicht disziplinieren muss. Das ist eigentlich nicht die richtige Art, aber wenn Vitamin D oben ist, dann sorgen Sie auch für ausreichend Kalzium. Ich selber verwende dieses Kalzium nicht, weil es anorganisch Kalzium ist als Brausetablette. Ich sage den Menschen, essen sie einfach gut jeden Tag Sesam oder dieses Pecorino, das ist ein Schafkäse, Grünkohl, Spinat, Mandeln, das sind alles. Ich habe Ihnen das mal aufgeschrieben jetzt, wenn wir das einblenden, Walnüsse, ein bisschen guten Joghurt und dann sind das Dinge, die in der höchstwertigsten Form auf einer Ernährungsebene sind, also mehr als darüber steht überhaupt nichts. Das andere aber, was ganz wichtig ist, Sie schreiben oder ich lese aus den Unterlagen, die Sie mir gesendet haben, dass die Schilddrüse latent Hypothyreose, das heißt, sie hat noch keinen klinischen Befund, eine Unterfunktion der Schilddrüse ist somit, kommst du heute nicht, kommst du morgen, die Stimme ist tief, der Stoffwechsel läuft langsam, Menschen neben Gewicht zu, wissen es nicht. Nein, eine latente Hypothyreose kann schon achtsam deutlich werden, wenn der TSH-Wert und ihr TSH-Wert vom 10., also vom Oktober 2021, den blende ich Ihnen jetzt mal ein, war 4,77. Das heißt, das Hormon, welches die Schilddrüse attackiert, im Sinne von Schilddrüsenhormone zu produzieren in der Hypophyse, das brettert los und der Normwert ist 0,27 bis 4,2. Das heißt, wenn dieses TSH schon allein über 2 ist, 2, 2,5, 3, dann arbeitet die Hypophyse mit Signalen zur Schilddrüse, du musst mehr produzieren. Eine Hypothyreose und das ist schon eine latente Tendenz zur Hypo, Schilddrüsenunterfunktion, ist jetzt weiter zu diagnostizieren. Denn jetzt muss man schauen, wie viele Hormone in dem Blut stehen Ihnen noch zur Verfügung und wissen Sie, was uns auffällt, wenn jemand in eine Schilddrüsenunterfunktion fundiert? Sein Cholesterin steigt an, weil der Stoffwechsel verlangsamt ist. Das heißt, auch das ist ein Kofaktor für eine Cholesterin-AMI, sagt man dazu, dass das Cholesterin erhöht ist. Also hier sind Schilddrüsenhormone anzuschauen, T3, T4, T3 Reserve nennt man das und vielleicht auch noch die Kofaktoren. Denn Schilddrüsenhormone werden zwar in der Schilddrüse gebildet, aber sie werden, sie wirken nicht in der Schilddrüse, sie wirken an der Zelle. Und jetzt komme ich auch schon zum Ende, weil ich denke, Sie haben jetzt viele, viele gute auch Hinweise erhalten dürfen. Folgen Sie Ihrem guten Körpergefühl und zum Abschluss möchte ich Ihnen auch noch wirklich ganz doll gratulieren, weil die beste, beste, beste Osteoporove, Prophylaxe und auch Therapie für Osteoporose ist neben dem Körper alles bereitzustellen, natürlich die Bewegung. Die Osteoblasten und Osteoklasten, die Knochenzellen, die sich immer regulär auf- und abbauen und bei der Osteoporose ist der Aufbau dann natürlich rascher als der Abbau, rascher als der Aufbau, dass das umgehen sie, weil sie aktiv sind und weil sie sagen, ich bewege mich und sie haben mich gefragt, ob es gut ist, ein Trambolin zu kaufen, das ist super gut und jetzt zeige ich Ihnen mal, ich liebe ja diesen Timetimer, wenn Sie den einstellen, dann geht langsam der rote Fächer und Sie stellen sich den ein für 20 Minuten, 30 Minuten am Tag und haben einfach dazu Ihre Lieblingsmusik und Sie werden sehen, wie in Windeseile diese 20, 30 Minuten dahin gehen, aber auch mit wie viel Freude Sie das tun und mit wie viel Freude Sie sich Stück für Stück Gesundheit auf allen Ebenen zurückholen und vor allen Dingen überhaupt bitte nicht glauben, dass man eine Osteoporose, die man tendenziell vielleicht recht festgestellt hat, nicht wieder in die Richtung bewegt, dass man sagt, ich hole mir meine gesundheitliche Stabilität wieder zurück. In diesem Sinne, liebe Maria, vielen herzlichen Dank für Ihre ausführliche Dokumentation, auch für die Befunde, die Sie mir sandten und ich hoffe, dass wir damit auch dem einen oder anderen ein bisschen sensitiver gemacht haben dürfen. Wissen Sie, wir müssen heute das Leben verstehen und wir müssen nicht Laborwerte drücken, wir müssen verstehen, was sie uns sagen. Der Körper hat oft über diese Laborwerte auch die Möglichkeit, uns Signale zu geben und vor allen Dingen müssen wir diesen Sturm, diesen Sturm, diesen äußeren Lärm, den müssen wir jetzt endlich mal verstummen lassen und uns darauf konzentrieren, was das Leben wirklich braucht. Der Körper, der zieht so den Griff um uns herum manchmal durch Krankheit, aber den können wir lockern, indem wir ihn nur einfach verstehen und indem wir uns das in die Hand nehmen und indem wir vielleicht auch Menschen brauchen, die uns da ein Stückchen weiterhelfen und in diesem Sinne Ihnen allen eine wunderschöne Woche. Genießen Sie den Frühling mit mir und ich freue mich auf die nächste Format Visite und darf noch mal erinnern, wann immer Sie Fragen haben oder einfach eine zweite Meinung möchten, senden Sie mir das an visite.qs24.tv Vielen herzlichen Dank und auf Wiedersehen.